Was geht mit euch? Wir geben Gas. Geht mit uns ab oder geht aus dem Bad. Macht Platz hier zum Topf, geben Gas. Bewegt den Arsch oder geht aus dem Bad. Red das laut wenn ihr Down mit dem Scheiß bist. Das ist 2003-Shit. Komm mit dem Mist für den Dance, yo. Gebt Tempo, scheiß auf Friendsburg. Ihr wisst ihr braucht den Schild. Den Ausrock-Auslock-Shit. Dem Beifuß Vollgas-Shit. Der Topf, den Leuten Sound der Kick. Wir sind total extrem, also die schlafen gehen. Denn das hier gibt es wirklich nicht normal zu sehen. Wir sind up to date, so wie die Tagesthemen aller höchsten Zeiten. Um richtig abzudrehen, also. Passt auf, das ist kein Beat. Was dann? Das hier ist Dynamis. Das heißt, das alles explodiert, wenn man in Schreck hier spielt. Also vorne, hinten, Frauen, Jungs. Leute, seid ihr down mit uns? Links, rechts, Typen, Chicks. Wollt ihr mehr, genügt das nicht? Was geht mit euch? Wir geben Gas. Geht mit uns ab oder geht aus dem Bad. Mach Platz, die Jungs vom Tropf geben Gas. Ja, 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 ja. Bewegt den Arsch, nur dann geht aus der Bad. Ja, ja, ja. Vis-a-vis ist pures Adrenalin. Nach der Show brauchst du Massagetermin. Und Ärzte können sich goldene Nasen verdienen. Und schliere ich nächstes Jahr Tarnmedizin. Ja, mach mal weinen. Ganz bestimmt wird's heute zu spät, dass Papa schimpft. Großmutter betet den Rosenkranz, weil der Sohn Rock hört und auch Pro-Rotanz. Ja, wir sind am Start wie ein Kart vor der Fahrtmann. Konkurrenz lasst stehen wie beim Badmann. Unser Beats hauen so rein wie ein Schlagmann. Geht besser aus der Badmann. Was ist das? Die Track dann nach vorn gehen. Der ist so laut. Davon kriegst du umgehen. Der haut so rein. Dass es dich wegkickt. Also denk dran. Hier ist Helmflick. So ist es. So bleibt es. Geht ab. Und ihr begreift es. Das hier kann niemand stoppen. Bis deine Boxen schrotz sind. Was geht mit euch? Wir gehen Gas hin. Geht mit uns ab oder geht aus dem Bad. Mach Platz, die Jungs vom Tropf geben Gas. Bewegt den Arsch oder geht aus dem Bad. Du brauchst mehr Eis im Drink. Denn jetzt wird's heiß hier drehen. Bis die Scheiße eskaliert. Morgen wird hier renoviert. Pass mal auf wir geben weiter Vollgas. Und das bis zum Kreislauf Koller. Alle fangen schon an zu schwitzen. Jetzt relaxen kannst du knicken. Mach vorher Skigemass. Warum? Weil sonst das Lied zu krass wird. Warum? Wenn du nicht aufgewärmt bist. Was dann? Ist das hier zu gefährlich? Wir machen jetzt so Abrissbirnen. Morgen seid ihr platt wie die Plattenfirmen. Schluss mit faulen Kompromissen. Ey, was geht? Wir wollen es wissen. Zeigt uns doch mal die Arme. Dann gehen wir Kamikaze. Das ist das radikalste Gigs mit uns in Chaos-Tage. Was geht mit euch? Wir geben Gas. Geht mit uns ab oder geht aus dem Bad. Macht Platz, die Jungs vom Tropf geben Gas. Bewegt den Arsch oder geh aus dem Bad. Was geht mit euch? Wir geben Gas. Geht mit uns ab oder geht aus dem Bad. Macht Platz, die Jungs vom Tropf geben Gas. Bewegt den Arsch oder geh aus dem Bad. Was geht mit euch? 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 Mach Platz, wir geben Gas. Ja, ja, ja. 2003 Shit. Shit Shit. Du bist aus dem Shit.